Und ich möchte das auch nicht machen, ich weiß schon, dass ich das könnte und das ist witzig, ich möchte es aber trotzdem nicht machen. Das reicht jetzt, ich bin Punktgerichter, ich bin Laufstuhlbetreuer, das reicht erstmal. Also Sie macht es nicht, aber wir wollen jetzt jemand, der moderiert für die Videos der Filmfabrik Schwaben. Freiwillige melden sich bitte beim Stuttgarter EC unter Michael, Mist, jetzt hör halt auf, jetzt habe ich schon meine E-Mail-Adresse falsch gesagt. Melden sich bitte unter spät.stuttgarter.ec oder posten einfach hier in der SHG Stuttgart Gruppe auf Facebook. Danke. So gemein.